Aber wann genau haben sich Mutti und Graf Falko kennengelernt? Oh, das war beim Falkensteiner Ritterfest. Ich kann mich noch genau erinnern. Hab sogar alles fotografiert. Willkommen zum Falkensteiner Ritterfest. Die Mannschaft Junge Falkensteiner beginnt. Aufgeregt? Danke. Ein bisschen vielleicht. Keine Sorge, du schaffst das. Da bin ich mir ganz sicher. Danke. Wie war nochmal dein Name? Susanne.